Ey, wer bist du denn? Na, der mächtige Todesstern, haha. Und du? Ich bin Jupiter, der größte Planet. Der größte Planet? Dafür siehst du aber ziemlich schwach aus, du Spargel-Tatsam. Wahrscheinlich könnte ich dich mit einem Laserschutz zerstören. Alter, was ist mit dir? Da müssen wir wohl irgendwie herausfinden, wer der Stärkere von uns beiden ist. Wie denn? Na, mit einem intergalaktischen Pump-Battle. Pump-Battle! So, Bro, jetzt Arm drücken. Aber ich hab doch gar keine Arme. Ach ja, stimmt ja, du Opfer. Äh, jo, Digga. Es ist genau unentschieden ausgegangen. Was machen wir jetzt? Unentschieden? Das kann nicht sein. Dann kommt jetzt der Super-Laser. Mit dem hab ich auch schon Alderaan zerstört. Mo-ha-ha-ha! Lass Jupiter in Ruhe! Wow, danke, Kleiner. Hörst du jetzt auf mich wegen meiner Größe zum Mobben, Jupiter? Hö, nö, du bist trotzdem voll der Zwerg, Junge. Guck dich mal an. Hm. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Da-da-da-da-da-da-da-da-daa-da!